Lithium-basierte AA-Akkus sind ein spannendes Thema. Immerhin setzen wir bei Smartphones und praktisch jeder modernen Elektronik auf Lithium-Akkus, außer irgendwie bei AA-Batterien bzw. AA-Akkus. Da nutzen wir noch die alten Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Warum dann nicht auch auf Lithium-Modelle umsteigen? Genau dieser Frage hatte ich mir schon in zwei Videos gewidmet, wo wir uns die Modelle von X-Star und Heixson etwas näher angesehen haben. Ich habe nun ein paar weitere Akkus gekauft und in diesem Video wollen wir uns einfach mal ansehen, welcher der beste Lithium-basierte AA-Akku ist und von welchen Modellen du besser die Finger lassen solltest. Starten wir zunächst einmal mit den Basics. Bei AA-Akkus setzen wir in der Regel weiterhin auf die klassische Nickel-Metall-Hydrid-Akkutechnologie, welche mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Dabei bieten Lithium-basierte AA-Akkus zumindest in der Theorie einige Vorteile, wie vor allen Dingen eine höhere Energiedichte, die halt die Lithium-Technologie mitbringt. Allerdings in der Praxis ist es nicht ganz so einfach. Warum? Lithium-basierte Akkus haben in der Regel eine normale Spannung von 3,6, 3,7 Volt. Bei AA-Akkus oder Batterien brauchen wir allerdings eine Spannung im besten Fall von 1,5 Volt. Das heißt, in solch einem Akku ist nicht nur eine Lithium-Akku-Zelle verbaut, sondern auch zusätzliche Elektronik, wie beispielsweise ein Spannungswandler, wie auch Schutzelektronik und so weiter. Einige der Akkus, die wir hier im Test haben, wie beispielsweise jetzt hier die Modelle von EBL, haben auch bereits einen Ladeport integriert. Also haben wir hier auch noch zusätzlich Ladeelektronik. Und dies ist ein großes Problem, was die Kapazität angeht. Denn ja, wir können den Akku nicht einfach wie bei einer Nickel-Metall-Hydrid-Akku, nicht einfach komplett mit Akkuzelle füllen, sondern wir brauchen auch noch zusätzliche Elektronik, Spannungswandlungen und so weiter. Dies macht diesen Typ-Akku natürlich auch relativ teuer. So kannst du davon ausgehen, dass du für vier dieser Akkus so zwischen, ja, 24 und 35 Euro zahlst, was ein saftiger Preis ist. Entsprechend sind dies keine Akkus, die du einfach, ja, in irgendeine Fernbedienung oder sowas packen willst, sondern halt für, ich nenne es mal, speziellere Geräte nutzen willst. Und soviel sage ich schon mal vorweg, die Kapazität ist nicht der größte Vorteil dieser Akkus. Der aus meiner Sicht größte Vorteil gegen klassische Nickel-Metall-Hydrid-Akkus ist zunächst einmal die Spannung. Nickel-Metall-Hydrid-Akkus haben eine durchschnittliche normale Spannung von 1,2 Volt, voll haben sie 1,4, leer haben sie dann meist 1 Volt. Wir haben hier 1,5 Volt. Das heißt, deine Geräte, wenn du diese beispielsweise in einer Lampe, Taschenlampe oder ähnliches nutzt, haben diese Akkus hier immer volle Leistung, volle Power. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch was die Kapazität angeht. Denn, ja, normale Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, wie gesagt, 1,2 Volt. Wir haben hier 1,5 Volt, also eine etwas höhere Spannung. Das heißt, selbst bei gleicher Milliampere-Stunden-Ausgangsangabe haben diese Akkus hier etwas mehr Energiedichte. Zudem haben diese Akkus aus meiner Sicht einen noch viel, viel wichtigeren Vorteil, und zwar einen Schutz gegen das Tiefenentladen. Ich weiß nicht, ob du das kennst von irgendwelchen Weihnachtslichtern und so weiter. Die neigen dazu, Akkus und auch Doppel-A-Batterien komplett leer zu saugen, auf unter 1 Volt, was halt normale Akkus, selbst die guten Eneloops, beschädigt beziehungsweise teilweise komplett kaputt macht. Ich weiß nicht, wie viele Akkus ich halt einfach aufgrund von Tiefenentladen schon verloren habe, obwohl diese in der Theorie ja wie viele tausende Zyklen schaffen sollten. Diese Akkus hier sind allesamt gegen Dinge wie das Tiefenentladen geschützt, aber auch beispielsweise gegen Kurzschlüsse. Die Lithium-basierten Doppel-A-Akkus, die wir haben, müssen wir aber zunächst einmal in zwei Gruppen unterteilen. Wir haben zu einmal die Modelle von Heixson, wie auch die Modelle von Ixta. Warum? Was macht diese besonders von diesen Akkus? Die Akkus von EBL, Ansmann und, ja wie heißt der Hersteller, Delipow, irgendein generischer Hersteller, haben einen integrierten Ladeport. Bei EBL kannst du den hier an der Seite sehen, das ist noch ein Micro-USB, bei Ansmann ist es ein USB-C-Port und hier bei Delipow, wie auch immer, ist der USB-C-Port hier oben in der Spitze integriert. Das ist natürlich in der Praxis ganz nett, du kannst diese Akkus hier einfach, ja mit einem entsprechenden Kabel, das beiliegt, meist ist es sogar so ein mehrfaches Splitterkabel, dass du halt hier vier oder zwei Akkus zumindest gleichzeitig laden kannst, einfach an deinem Handy Ladegerät laden. Du brauchst kein Spezialgerät, Ladegerät oder ähnliches. Allerdings hat dies auch einen Nachteil und der ist ganz offensichtlich, der entsprechende Ladeport nimmt natürlich weiterhin noch mehr Platz in diesen Akkus ein, weshalb diese drei Modelle, so viel kann ich schon mal sagen, kapazitätstechnisch doch deutlich schlechter abschneiden als hier unser X-Star und Heixson-Akku. Diese beiden Modelle benötigen ein Spezialladegerät hier, beispielsweise wie dieses hier. Diese Ladegeräte liegen teilweise in den Starter-Sets bei und du darfst diese hier natürlich nicht in normalen Nickel-Metall-Hydrid-Akku-Ladegeräten laden. Ist natürlich ein kleiner Nachteil, dass du immer halt dieses Spezialladegerät benötigst, aber dafür bieten diese Akkus eine etwas höhere Kapazität. Und wo wir schon bei der Kapazität sind, ich habe diese mit dem SkyRC MC3000 gemessen bei drei Leistungsstufen. 0,1 Ampere, 0,4 Ampere und 1 Ampere Last. 1 Ampere Last ist eine absolut unrealistische Last, aber prinzipiell können diese Lithium-Akkus diese hohe Last auch liefern, im Gegensatz zu normalen Doppel-A-Battern. Dabei habe ich zwei Messungen auch durchgeführt, beziehungsweise zwei Werte dann am Ende notiert, und zwar die Milliampere-Stunden- bzw. Milliwatt-Stunden-Messwerte, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn erneut, wir haben hier eine Spannung von 1,5 Volt und nicht 1,2 Volt. Zudem sind diese Akkus hier, was die Spannung angeht, allesamt stabilisiert. Das heißt, diese liefern konstant 1,5 Volt über die mehr oder weniger komplette Kapazität. Wir haben hier keinen Spannungseinbruch mit abnehmender Kapazität, sondern wir haben glatt 1,5 Volt. Das führt natürlich dazu, dass deine Geräte halt immer mit voller Power laufen, aber das haben wir natürlich bei normalen Batterien oder auch Akkus nicht. Und das wird halt bei der Milliwatt-Stunden-Angabe mit berücksichtigt, während bei der Milliampere-Stunden-Angabe, ja, dass halt nicht berücksichtigt wird, dass wir hier eine konstant hohe Spannung haben. In jedem Set dieser Akkus sind vier Stück enthalten. Und im Folgenden siehst du den Durchschnittswert aller vier Akkus. Und starten wir hier direkt und, ja, wir sehen schon eine gewisse Spanne. So sehen wir beispielsweise, dass der X-Star-Akku die beste Kapazität bietet mit im Schnitt 2425 Milliampere-Stunden bzw. 3420 Milliwatt-Stunden. Das ist nicht übel. Damit ist dieser einer der, ja, so ziemlich leistungsstärksten Doppel-A-Akkus, die du finden kannst, auch verglichen mit Nickel-Metall-Hydrid-Modellen. Während, ja, auf der schlechteren Seite haben wir hier unsere, wie hießen sie, Delipo-Akkus, wie auch immer. Namen kannst du vergessen, denn die solltest du nicht kaufen, welche gerade mal auf 1194 Milliampere-Stunden bzw. 1714 Milliwatt-Stunden kamen. Und du kannst hier aber auch sehen, dass wir wirklich einen großen Sprung haben zwischen den Modellen hier, die beiden von Heixson und X-Star, welche halt auf ein gesondertes Ladegerät setzen und die Modelle, die integrierte Ladeports haben. Hier bei den Modellen mit integrierten Ladeporten boten die Ansmann-Akkus mit 1598 Milliampere-Stunden bzw. 2340 Milliwatt-Stunden die beste Kapazität. Knapp dahinter die EBL-Akkus und ja, mit großem Abstand dann halt die Billig-Delipo-Akkus, wie auch immer. Also von daher, ja, aus Sicht der Kapazität ist wahrscheinlich jetzt ein Lithium-Doppel-A-Akku, gar nicht so die beste Option. Da sind halt klassische Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, ja, oftmals tatsächlich besser, gerade wenn du halt hier ein Modell mit integriertem Ladeport suchst. Also sämtliche Akkus, die du hier mit integriertem Ladeport hast, sind schlechter als selbst die billigsten Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, wenn wir halt die reine, ja, Energiemenge betrachten bzw. Milliampere-Stunden-Angabe. Allerdings erneut bedenke, wir haben hier konstant 1,5 Volt, wir haben hier eine konstant höhere Spannung als bei einem Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Dadurch werden beispielsweise Lampen mit diesen Akkus halt konstant immer mit voller Power laufen, was halt bei klassischen Batterien oder auch klassischen Doppel-A-Akkus nicht der Fall ist. Umgekehrt kann das aber auch bedeuten, dass diese Akkus hier gerade beispielsweise in sowas wie LED-Lichterketten schneller leer gehen. Warum? In der Regel kannst du davon ausgehen, umso niedriger die Spannung bei einer LED-Lichterkette ist, umso dunkler wird die, umso weniger Energie verbraucht die. Das heißt, hier haben wir konstant eine super hohe Helligkeit, aber dadurch verbrauchen natürlich auch die LEDs konstant eine vergleichsweise hohe Leistung, was halt bei normalen Akkus nicht der Fall ist, wo die halt langsam immer dunkler, immer gedimmter werden und dann irgendwann halt nur noch glimmen, aber dann halt teilweise ewig noch vor sich hin glimmen. Das hast du hier nicht. Hier laufen die halt von Anfang bis Ende mit voller Leistung, können aber dafür halt schneller auch ausgehen. Ich hatte ja gesagt, dass diese Akkus hier weitestgehend konstant 1,5 Volt Spannung liefern. Warum weitestgehend? Du hast ein Problem bei Akkus, die halt konstant eine Spannung von 1,5 Volt liefern. Du hast eventuell Geräte, wie beispielsweise, ich denke jetzt hier an meinen Nuki Smart Lock, das immer noch auf AA Batterien setzt, beziehungsweise AA Akkus. Dieses kann mir anzeigen, wenn die Akkus kurz, beziehungsweise die Batterien kurz vor leer sind, damit ich halt rechtzeitig die Batterien wechseln kann. Das funktioniert anhand der Spannung. Das heißt, das Smart Lock in diesem Fall erkennt, welche Spannung der Akku hat und sagt, okay, Spannung ist jetzt ein gutes Stück gesunken, der Akku oder die Batterie ist kurz vor Ende. Das funktioniert natürlich nicht, wenn der Akku, wie hier in diesem Fall, konstant 1,5 Volt ausgibt. Daher haben sich vier unserer fünf Hersteller im Test ja etwas Spannendes integriert. Und zwar einen Akkuabfall, nenne ich es mal, gegen Ende der Kapazität. Und ich blende dir das Diagramm ein und da kannst du sehen, dass hier die Akkus abseits vom Heixson kurz vor Ende, also wenn wir noch so die letzten 10, 15 Prozent Kapazität haben, dass diese die Spannung von 1,5 auf 1,1 Volt absenken. Das ist halt gedacht, um in Geräten wie beispielsweise jetzt dem Nuki Smart Lock, mein Badezimmerradio beispielsweise hat auch eine Akkustanzanzeige, um dort halt die niedrige Akku-Warnstandsanzeige halt zu triggern, was halt ansonsten nicht möglich wäre. Musst du wissen, ob das jetzt für dich ein Feature ist, das wirklich wichtig ist? Ich finde es persönlich sehr, sehr praktisch, dass man halt erkennen kann, okay, der Akku ist gleich leer, weil ansonsten jetzt beispielsweise hier bei dem Heixson-Akku, ja, da hast du volle Power und dann plötzlich ist der Akku leer, ohne Vorwarnung oder Ähnlichem. Deswegen finde ich diese abgesenkte Spannung gegen Ende eigentlich ganz praktisch. Ganz spannend, die X-Star-Akkus senken die Spannung gemerklich etwas früher schon auf 1,1 Volt ab, als jetzt hier unsere anderen Modelle. Wir hatten ja eben schon über das Laden gesprochen, denn das Laden kann hier auch ein Vorteil sein, das geht vergleichsweise schnell, wobei wir hier, wenn ich dir jetzt das Diagramm einblende, kannst du sehen, wir haben im Grunde genommen die umgekehrte Ladedauer von der Kapazität. Also der Akku hier, unsere X-Star-Akkus mit der höchsten Kapazität brauchen am längsten zum Laden, mit knapp über drei Stunden, während die Akkus mit der niedrigsten Kapazität, hier die Delli-Po-Akkus mit einer Stunde 49, am schnellsten geladen sind. Erneut, hier ist natürlich, sind die Akkus mit integriertem Ladeport, können sie sehr praktisch sein, gerade wenn du jetzt nicht große Mengen hast, musst du ein bisschen gucken, was halt da für dich besser passt, kannst aber davon ausgehen, dass die guten Akkus, sagen wir mal, zwischen zwei und drei Stunden hier Ladedauer haben. Kommen wir damit dann auch schon zum Abschluss. Was gibt es jetzt abschließend zu den Lithium-basierten Doppel-A-Akkus zu sagen? Diese Akkus können in einigen Situationen wirklich Sinn machen, vor allen Dingen dann aus meiner Sicht, wenn es die Gefahr fürs Tiefenentladen gibt. Denn was bringen dir die tollsten Eneloop-Pro-Akkus, wenn sie ja einfach Tiefenentladen werden von deinen Geräten und dann ja kaputt sind nach einer Handvoll Ladezyklen. Hier haben diese Akkus einen Schutz davor. Das heißt, hier brauchst du dir keine Sorgen machen, dass diese Tiefenentladen werden. Klar, logisch, wenn du diese jetzt leer in eine Schublade legst und zwei Jahre wachtest, sind diese auch Tiefenentladen. Aber in der Regel halt in deinen Geräten, wenn du sie dann halbwegs zügig rausnimmst und wie er lädst, nehmen diese hier halt keinen Schaden, sondern gehen halt am Ende einfach aus. Und das ist aus meiner Sicht hier der größte Vorteil in Kombination mit der höheren Spannung, welche halt dafür sorgt, dass wir hier halt konstant immer volle Power mit diesen Akkus haben. Was die Kapazität angeht, ja, müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen den Modellen, die halt ein externes Ladegerät benötigen und die Modelle mit integriertem Ladeport. Die Modelle mit integriertem Ladeport konnten in meinem Test hier allesamt nicht mit einer besonders hohen Kapazität glänzen, während die Modelle halt, die Modelle von X-Star und Hykson, die jetzt hier auf ein externes Ladegerät setzen, ja, durchaus beachtliche Kapazitätswerte erreichen konnten. Entsprechend kann ich halt vor allen Dingen die Akkus von X-Star und auch Hykson mit gutem Gewissen empfehlen, wenn du halt diesen Sonderanwendungsfall hast, entweder Angst vor dem Tiefenentladen hast, also irgendwelche Geräte hast, die wirklich deine Akkus komplett leer saugen, was hier halt kein Problem ist, oder halt irgendwo was hast, wo du sagst, okay, ich brauche konstant volle Power. Da können hier diese beiden Sinn machen. Von den Modellen mit integriertem Ladeport würde ich wahrscheinlich hier zu den beiden Ansmann greifen. Diese sind halt, ja, auch was die Kapazität angeht, jetzt nicht glorreich, aber soweit in Ordnung. So, ich hoffe, dieses kleine Video konnte dir weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen.